Hi, herzlich willkommen zu diesem Video. Wie oben im Titel schon eingeblendet geht es heute um den Einbau einer Dachreling von unserem neuen VW-Bus VW T6 und da habe ich mal geguckt, ob es überhaupt möglich ist und es soll anscheinend Kindereinfach sein, das einzubauen. Ich habe auch schon einen Artikel gefunden, den ich euch gleich vorstellen werde. Unter der Adresse Google habe ich ganz einfach gegoogelt und gefunden und ich verlinke euch die Dachbar, die ich jetzt habe und zeige euch jetzt mal, was ich für ein Paket bekommen habe. So, heute geht es darum, auf dem T6 eine Dachreling nachzurüsten. Das sind die Teile, die wir bekommen haben in dem Paket. Einmal die Schrauben dafür, dann einmal das Werkzeug, ein paar Unterlegscheiben und ein paar Verschlüsse. Dann so ein paar kleine Adapterplatten, die oben in diese Dachfinne reinkommen. Dann gibt es einmal Silikon und natürlich, das Wichtigste, noch eingepackt in schwarz, die beiden Dachrelingträger. So, Werkzeug braucht man sonst keins. Das, was da ist, das reicht und los geht's. So, als erstes löst man diese Schrauben hier oben. Gerade nicht so scharf werden wollen. Das sind die werkseitig montierten. Teile sind schon drin. Hier löst man die hier hinten, die ganz hinten. Da gibt es mit dem dazugelieferten Sechskantenschlüssel ja kein Problem. Das funktioniert nicht gut. Ratsche wäre natürlich noch besser, aber das geht auch so. Und natürlich die vorne, die erste. So, dann die mitgewieberten Silikon und Sika hier oben. Und noch einen kleinen Klecks rein, damit es noch dicht bleibt, das Ganze. So, als nächstes kommen die Schienen. Als nächstes kommen die Schienen hier oben drauf. Die kommt nach vorn und die kommt in die Mitte. Also hier und die andere da vorne hin. So, da macht man die Dachreling drauf und hier ist die erste Schraube, die kommt dann da rein. In der Mitte kommt eine rein und hinten. Alle ein bisschen festziehen. Am Ende richtig festziehen. Und fertig. So, das Resultat. Dachreling ist drauf. Hat Spaß gemacht. War easy. Und die Dinger kommen am Ende noch mit drauf. Das war's. ABE gibt's auch dabei. Mega Sache. Bis dahin. Tschüss. Peace geht abilities. Vielen Dank.